Relativ schwer. Also ich hätte mit Leichtigkeit auch 100 aufschreiben können oder meinetwegen auch 150, weil ich bin eigentlich eine Feindin von Listen. Das erinnert mich immer an Sport und an jetzt knacken wir den Rekord und das ist das Allerbeste und darauf müssen sich jetzt alle einigen. Und deswegen waren die 50 Filme auch ein Versuch, ein möglichst breites Spektrum von all dem, was mich in meinem Leben interessiert hat, mal zusammenzustellen. Und dann hat es mir unglaublichen Spaß gemacht, mal zu sehen, welche Eindrücke eigentlich hängen geblieben sind. Und ich bin dann ein paar Tage so herumgegangen und habe immer darauf gewartet, dass mir irgendein Bild, irgendeine Szene oder irgendetwas Besonderes, ein Schnitt oder was auch immer, eine Kombination von Bild und Musik eingefallen ist. Und so hat sich dann langsam diese Liste zusammengesetzt aus lauter kleinen Erinnerungen an Impressionen. Natürlich habe ich sie dann zum Schluss nochmal überarbeitet und habe mir gedacht, was war denn nun eigentlich das Aller, Aller, Allerwichtigste? Nein. Oder sagen wir mal so wenig. Sehr wenig. Also ich bin ohnehin ein Mensch, der erst mal ungeheuer sammelt und dann konzentriert. Und deswegen steht die Überfülle am Anfang und dann zum Schluss muss ich nichts mehr rausschmeißen. Nein, eigentlich nicht. Aber vielleicht stimmt dieser Satz auch nicht so ganz. Weil ich im Moment an der Überarbeitung eines Drehbuchs für einen neuen Film arbeite und natürlich sowieso ständig daran denke, wie löse ich das auf oder was kommt als nächstes, was ist das Ende dieser Szene. Und wahrscheinlich sind da in diesen Gedanken sind ständig Erinnerungen an andere Filme eingeflossen. Ich habe auch sehr viel in den letzten Monaten gesehen, eben immer in Vorbereitung auf die Überarbeitung dieses Drehbuchs. Deswegen kann man nicht wirklich von Methode reden. Ich lebe halt in diesen Bildern. Ja, ich habe, obwohl ich keine Rankings oder Hitlisten oder so etwas mag, ich habe einen absoluten Lieblingsfilm und das ist der Film von André Tarkowski, Der Spiegel. Also das ist für mich Le Chate d'oeuvre absolu, vor dem kann ich immer nur knien. Und Tarkowski ist ohnehin für mich ein sehr, sehr wichtiger Filmemacher. Aber ich würde es mal so sagen, er ist da auch nicht der Einzige. Es gibt so eine Art Dreieck, in dem ich mich bewege. Das wird markiert von drei Filmen, dahinter könnten dann auch noch andere stehen, aber diese drei sind dann wahrscheinlich die wichtigsten. Das ist einmal Der Spiegel von Tarkowski. Dann ist es Padre Padrone, der Gebrüder Taviani. Und dann ist es, Sie werden sich sehr wundern, Jean Renoir mit La Règle du jeu. Also das scheint nicht zusammen zu passen und trotzdem passt es für mich zusammen. Es ist eine Verbindung von Archaik und Humanismus und etwas, Tarkowski kann man nicht mit einem Wort belegen, das kann man auch bei den anderen nicht, aber bei Tarkowski ist es noch schwieriger, eine Art von einem unsentimentalen Romantizismus. Ich sag's mal so. Ach, alle sollen, alle diese Filme sollen die Leute sich ansehen. Das ist ja ein Elend heute. Also mal ganz abgesehen davon, dass wir ja in Deutschland wenigstens in einer Krise des Kinos leben und immer weniger Menschen ins Kino gehen, weil immer mehr Menschen Streaming sehen oder Fernsehen oder einfach was anderes zu tun haben. Aber diese Filme sollten wirklich, also andere auch noch, aber für mich sind es vor allen Dingen diese, die sollten zum Pflichtprogramm gehören, dass man auch in der Schule, an den Universitäten, auch dann, wenn man nicht unbedingt Medien studiert. Das sollte zur Allgemeinbildung gehören. Ja, wir kämpfen ja schon, wir heißt in diesem Fall viele Frauen, wir kämpfen ja schon seit einigen Jahren von Neuem darum, dass der Kanon, der sogenannte Kanon des deutschen Films, fast keine einzige Frau hat. Es sind alles nur Männer, gegen deren Filme ist gar nichts zu sagen, das sind gute Filme. Aber die Filme, die seit den 70er Jahren von Frauen gemacht worden sind, sind auch gute Filme. Und die gehören in dem allgemeinen Bewusstsein eines solchen Kanons, sind die einfach nicht vorhanden. Und ein Kanon führt dazu, dass bestimmte Dinge vorhanden sind. Sie sind digitalisiert, sie sind vorhanden auf welchem Format auch immer, auf jeden Fall. Man kann sie kaufen, man kann sie leihen, man kann sie sehen. Und das ist bei ganz vielen Filmen von Frauen nicht der Fall. Und deswegen sind auch diese Filme, dieser breiten Bewegung der filmenden Frauen, aus der zweiten Welle der Frauenbewegung, genauso wenig im allgemeinen Bewusstsein, wie das bei den Filmen der Fall ist, die schon in den 20er Jahren von Frauen gemacht worden sind. Die haben wir ja auch alle erst in den 70er Jahren wiederentdecken müssen. Wir hatten ja keine Ahnung. Weder von Dorothy Arzner, noch von Elvira Notari, noch von anderen, die man jetzt langsam ausgräbt, weil Kopien werden irgendwo auf Dachböden gefunden oder vergessen im hintersten Winkel von Archiven. Und dann merkt man plötzlich, wie stark auch schon die Beteiligung von Frauen als Filmemacherinnen, als Produzentinnen und natürlich als Schauspielerinnen, das war ja immer klar, schon seit den 20er Jahren, seit den Anfängen des populären Films war. Es war natürlich ein besonderes Interesse, vor allen Dingen deswegen, weil ich mich mit der Frage, wie machen Frauen Filme, was bedeutet das, welche Erzählstrategien verfolgen sie, gibt es so etwas wie den viel gepriesenen weiblichen Blick. Das sind ja alles Fragen, die uns heute auch wieder umtreiben, seit eine größere Anzahl von jungen Frauen Filme machen, fragen die sich das ja. Und diese Fragen sind keineswegs beantwortet. Man kann sie auch nicht endgültig beantworten, aber es gibt auch im Moment vieles, was seit dieser ersten Bewegung der filmenden Frauen aus den 70er, 80er Jahren ungeklärt geblieben ist. Also insofern hatte ich schon ein besonderes Interesse an der Frage nach Frauen und Filme. In einer sehr losen und ich würde am liebsten das Wort Reihenfolge eigentlich vermeiden, aber ich kann es natürlich nicht. Wenn man mit einem Film anfängt und dann kommt der zweite, ergibt sich ganz automatisch eine Reihenfolge. Aber ich möchte es nicht so verstanden wissen, dass der erste Film wertvoll ist und der letzte nicht mehr. Das ist keineswegs der Fall. Nur der erste Film, der auf meiner Liste steht, das ist eben der Film von André Takowski, Der Spiegel, hat bei mir über viele, viele Jahre einen so starken Eindruck hinterlassen, dass er ganz notwendigerweise auch in meiner Erinnerung an den ersten Platz gerutscht ist. Gleiches gilt für den Film Padre Padrone. Gleiches gilt für die Spielregel und noch für einige andere. Also insofern ist es eine Liste, aber ohne Wertigkeit, sondern eine sehr subjektive Einschätzung, was für mich in meinem Leben als Filmemacherin wichtig gewesen ist.